Wie kennen wir in der Schule? Warum schaust du so lustig aus? Hat die Mama dir Sachen gegeben? Ich glaube Milchpulver hat sie dir gegeben. Milchpulver? Mama, hm? Nein! Mama hat ja Milchpulver gekerbt. Jetzt saust du aus wie ein kleines Ferkelchen. Und dafür gehen wir jetzt auch schwimmen, ne? Na, gibt's Kaffee und Kuchen für einen großen Papa. Auß! Hm. Hm. Jetzt sind wir gerade 10 Monate alt, ne? Tau. Hoi. Erstes Wort, ne? Noch eins. Ja. 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 Papa. 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 Ja. Papa. Vielen Dank.